Hallo und willkommen zurück zu Au-Uni. Ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Ich habe doch nachgucken müssen. Wir sind hier falsch. Es ist logisch, ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, hä? Aber müssen wir es nicht irgendwo runterwerfen, damit sie kaputt geht? Das ergibt für mich am meisten Sinn, erstmal speichern. Und habe jetzt doch mal nachgeschaut. Die Statue muss hier durch, weil dann ballert man sie hier runter. Und dann kann man da hingehen. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir einen blauen und einen roten Stein. Nein, 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 nein. Geht das? Also zählt das? Also, was machen wir hier? Ich bin ein Genie. Ich bin einfach gut. Ich bin einfach der Meister. Der Meister bin ich. Der Meister. Ja gut, jetzt bin ich kein Meister mehr. Scheiße. Aber ich war der Meister. Habt ihr das gesehen? Kontinu. Ja, wenn er jetzt kommt. Was ist eigentlich hier? Ja, scheiße. Wo renne ich denn mal hin? Ich habe gar nicht so viele Optionen. Und der ist auch richtig lange dabei, wenn wir das richtig gesehen haben. Ja, komm, halt hier lang. Warum kommt der jetzt nicht mehr? Ach so. Ach deshalb, ja. Ähm. Ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte ein Escape. Ich kann nicht ein Escape, wenn wir gejagt werden. Ist ja interessant. Dann würde ich erst mal versuchen, den Oni zu triggern. Ich weiß bloß nicht wo. Ach da! Ja, 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 ja. Hallo. Wui! Ach da! Okay, er ist weg. Gut. Sehr schön. Ähm. Ja, ich denke, wir müssen jetzt... Die da reinsetzen, die Steine. Ja. Rein da. Und der auch. Ah. Oh. Jetzt haben wir den Puppenkopf erhalten. Ich nehme mal an, den müssen wir jetzt da rüber setzen. Richtig fehlleiten, dieses Scheißpuzzle. Ja, okay. Ah. Ah. Na, da haben wir es doch. Drei, sechs, eins. Herder mit Basement Key. Jetzt geht es doch aber los hier. Als... War er die ganze Zeit dort? Ich habe ihn nicht gesehen. Hing er da die ganze Zeit? Ich war so in meinem Film, Alter. Jetzt wird er doch aber safe in Oni und verfolgt. Hä, die geile Frisur. Hm. Das sieht schnuckelig aus. Schnuckelig. Schnuckelig. Oh, was? Er hat die einfach aufgemacht. Bastard. Damit habe ich jetzt nicht gerecht. Ich habe mich so sicher gefühlt. Habt ihr das gemerkt, dass ich mich sicher gefühlt habe? Na, großartig. Na gut. Dann machen wir es halt anders. Na, komm. Ja. Ja, 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 ja. So. Hier raus. Sorry, bye. Ja. So, ich muss ja eh hier runter. Ja. Dann gleich mal zurück. M-m-m. D-d-d. Basement Key. Basement Key. Das klingt doch unglaublich einladend. Gleich mal saven. Ich sehe gar nichts. Der ist ja ganz schön groß, der Raum. Was ist hier los? Ah. The power is on again. Ich mag dieses beunruhigende Atmen in meinem Ohr. Ach, schaut mal. Ein Bilderbuch haben wir gefunden. Warum sollte ich ein Bilderbuch wollen? Kann ich mir es angucken? Ja, ich glaube, das sind die Onis. Es war einmal ein Uni, der war alleine und traurig. Dann kam ein anderer Uni und klopfte und sagte, hey, lass mich rein, es regnet. Und dann haben die beiden Onis sich unterhalten über ein Kunstwerk von Da Vinci. Ah, ich habe Bücher, äh, hier Lesezeichen gekriegt. Das kann ich mir angucken. Also, ich könnte mir vorstellen, eventuell, wartet mal. Was mit Scheißstift? Da. Äh, wir haben hier zwei blaue Teile. Ein rotes Teil. Achso, sollten wir noch dazu schreiben, was es ist vielleicht. Äh, zwei weiße. Und zwei grüne. Ähm, okay. Kann aber auch sein, dass es nach Prozent geht, dann bin ich raus. Da kann ich euch nicht helfen. Gucken wir mal. Der Strom ist ja jetzt wieder an. Was erwartet uns hier? Hm. Wenn jetzt aber dahinter ist, dann lache ich. Oh, ich wollte doch lachen. So. Roter Schlüssel. Schön. Den kann ich tatsächlich nicht bewegen. Was ist mit den Teppichkanten, ha? Nichts. Wann kommt ein Oni? Wann kommt ein Oni? Ich warte auf den Oni. Wo ist der Oni? Was ist das denn? Nichts. Hier ist auch nichts, oder was? Achso, das warst du sehen. Upsi. Okay. Warte, warte, stopp. Achso, erst rot, dann grün, dann weiß, dann blau. Rot, grün, weiß, blau. Okay. Dann mal los. Also. Rot ist eins. Grün ist zwei. Blau ist vier. Ich meine zwei. Das kommt zum Schluss. Weiß ist zwei. Blau ist zwei. Aber das ist ja der einfachste Code der Welt. Rot ist eins. Weiß sind zwei. Blau sind auch zwei. Grün sind auch zwei. Aber es könnte auch eine Nummer sein, wenn ich mir das so anschaue. Wenn man die zusammensetzt. Dass das Zahlen darstellen sollen. Boah, aber da muss ich ja richtig... Wartet mal. Rot. Grün. Ähm. Weiß. Blau. Also das grüne könnte eine neun sein. Das weiße eine vier. Wobei das rote sieht auch aus wie eine vier. Hm. Hm. Haben wir sonst noch etwas, das uns helfen könnte? Den roten Schlüssel haben wir. Nö. Ich muss, äh, speichern. Ihr wisst es doch. Meine Speichersucht. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, was wir gesehen haben, oder? Also dieses Bilderbuch. Ich glaube, das ist wirklich egal. Also ich denke mal, wir müssen jetzt dieses Farbenrätsel machen. Ich denke, das wird es sein. Jetzt bin ich wieder sehr oft durch Räume gegangen. Es kann sein, dass wir jetzt gleich verfolgt werden. Nö. Okay. Ja, also die rote könnte tatsächlich eine vier sein, habe ich gedacht. Dann. Oder habe ich gesagt, bei rot ist, äh, warte mal. Dieses. Äh, dieses Lesezeichen war in einem Bilderbuch. Ja, genau. Rot könnte eine vier sein. Ich muss das jetzt testen. Ich weiß nicht. Rot könnte eine vier sein. Ich wollte nicht. Ich habe aus Versehen gedrückt. Ähm. Da, da, da. Nochmal. Rot könnte eine vier sein. Grün eventuell eine neun. Weiß eventuell. Ich weiß es nicht. Auch eine vier? Und bei blau erkenne ich gar nichts. Also, das kann alles sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, diese zwei Einsdingsbrunst, also die verschiedenen Farben anzahlmäßig, das war es ja nicht. Ich sage, weiß es auch, eine vier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das geht nicht auf. Achso. Ähm. Vier. Neun. Vier. Acht. Eventuell. Nö. Aber ich kann das jetzt auch nicht abmachen, oder? Soll ich das hier drauflegen? Das war es für Sinn. Soll ich das irgendwo drauflegen? Soll ich das abmachen? Soll ich das abmachen? Oh, ja. Oh, Tatsache. Ah. Aha. Achso. Aber ja, jetzt geht es aber los hier. Okay, dann muss ich mir nochmal aufschreiben. Rot. Grün. Weiß. Blau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Siebenmal blau. Zweimal grün. Einmal rot. Dreimal weiß. Achso, wo ist das? Ja, jetzt ergibt doch alles Sinn. Gut. Eins. Zwei. Drei. Sieben. Das ist der beste Code jemals. Wie die atmen. Ah, ich wollte gerade sagen. Das schreit doch. Das schreit doch nach Tod. Oh. Ich glaube, das soll so sein. Ich glaube, das sollte sein. Weil ich hatte ja keine andere Wahl. Was sollte ich tun? Okay. Hey, das Atmen ist weg. Die haben mir die ganze Zeit ins Ohr geatmet. Oh, okay. Das ist aber offensichtlich, oder? Hallo? Ich sagte, das ist aber offensichtlich. Ja. Junge, diese Ecke hier. Danke. Eine Disc? Was soll ich denn jetzt mit der Disc? Bruder Jakob, ich sag's euch. Achso, jetzt atmen sie wieder. Ah, ich hab mich gerade gefreut. Ich glaub, wir haben ja auch gar nicht so viele Versteckmöglichkeiten. Kann das sein? Oh. Ah. Fuck, ist es nein? Takoro, dir geht's gut. Gut. Ja, aber ich hab mir meinen Knöchel verstaucht. Also, hab ich hier für ein Stück gewartet. Okay. Äh, ich hab das vor einer Weile gefunden. Nimm's mit. Essig? Ich vertraue dir nicht. Ich werde hier warten für eine Weile. Ist das so schlau? Ist das so schlau, Takoro? Weißt du so? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich muss mich kurz anders entsetzen. Ja, jetzt kann's weitergehen. Essig. Essig? Wir haben Essig. Das war aus Versehen. Ah, den roten Schlüssel. Da reintunken. Jetzt ist Rost weg. Jetzt haben wir Eisengitterschlüssel? Wo ist denn ein Eisengitter, Junge? Ah. Nee. Hä? Im Basement? Wo, wo denn? Wo ist denn hier eine Iron Gate? Draußen piept irgendwas. Ich weiß nicht warum. Wo ist denn hier eine Iron Gate? Eine Iron Gate. Piep, piep. Macht's die ganze Zeit draußen. Ich hoffe, man hört das nicht. Mhm, mhm, mhm. Okay. Also, ich sag euch, wie's ist. Ich sehe hier gar nichts. Das scheinen Bücherregale zu sein. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Ach, ich darf hört das gar nicht. Aber egal. Eine Diska. Wieso kann ich die wieder umklappen? Ist ja lustig. Ja, hat ihn scheinbar gestört. Okay. Im Basement von die Annex. Mhm. Also, ich denke mal, dass wir doch zurück müssen. Irgendwo hier muss also eine Eisentür sein. Ist sie das vielleicht sogar? Nee. Aber das ist schon The Basement, oder? Jetzt sind wir... Ich sehe halt auch leider nicht, wo wir sind. Ist das eine Iron Gate? Nö. In the Basement of the Annex. Das alte Anwesen. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Hallo? Eine Disc. Ist hier irgendwo eine Art Fernseher zu sehen? Irgendwo? Also, ich sehe keinen. War irgendwo im anderen Gebäude ein Fernseher? Oder ein Computer? Hm. Ah. Nee, doch nicht. Ich dachte, das Piepen hat endlich aufgehört. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ähm. Oh. Oh. Okay. 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 Nein. Bitte verpiss dich. Ich hab doch... Ich kann dir nicht mehr wohin. Game over. Ah, ist aber jetzt schade, Mann. Ist aber jetzt blöd gelaufen. Wo bin ich denn? Hab ich so lange nicht mehr gespeichert? Nee, die Disc kam mir noch. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Vielleicht war es ein Zeichen, dass wir doch hier gucken müssen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Jetzt sehen doch alle gleich aus von der Farbe. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung. Hier ist auch keine versteckte Wand oder so. Ich find' auch schön, dass wir die Playchart noch haben. Kannst du nicht doch mitkommen? Nein. Okay. Ich glaub' ich guck' vielleicht wieder nach, weil mir das so lange dauert. Die Risse haben jetzt aber auch nichts zu bedeuten, oder doch? Nö. Hier können wir uns noch verstecken. Wo soll die scheiß Disken? Die haben wir gefunden im Keller vom Annex. Das ist für ein Eisengitter. Im Annex. Aber wir sind ja dort. Ich muss etwas übersehen. Den haben wir noch, aber ich glaub' wir brauchen hier grad keine. Stimmt, wir haben immer noch die Glühbirne. Warum auch immer. Kann ich vielleicht Dinge kombinieren? Oh. Rot, Gelb, Blau? Und das kann man drehen? Zwei Gelbe, ein Rotes, ein Blaues. Kann ich nochmal interagieren? Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Geh rein. Verdammt. Uiuiui. Okay. Okay. Ähm, ja. Okay. Ich glaub' ich wusste nicht, weil das Fensterschießen dieses Piepen ist zum Kotzen. Ich kann hier leider nicht mehr mit interagieren. Schade. Ja, ich glaube, ich guck' doch mal nach. Ich weiß es grad echt nicht. Ähm. Bis dahin. Okay, da bin ich wieder. Ich bin sicher, ich hab' das untersucht. Aber scheinbar kommt man hier weiter. Ja, und jetzt haben wir den Iron Gate Key. Die Tür ist versperrt. Ja, das hilft mir jetzt nicht. Äh. Ja. Toll. 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 Ich dachte, das ist es. Die Tür ist versperrt. Aber, aber ich hab' doch einen Iron Gate Key. Und mehr gibt's doch hier nicht. Hallo. Hallo. Warum? Warum denn jetzt? Nein. Boah, Junge. Da muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken, oder was? Oh, nee. Oh, nee. Das find' ich nicht gut. Äh. Weil ich dachte, das ist es jetzt. Ich hätt' schwören können, dass wir jetzt hier den Schlüssel reinstecken. Und dann hat's sich erledigt. Aber scheinbar nicht. Die Tür ist versperrt. Ja, toll. Vielen Dank. Hieroshi, aka Fucker69. Für nichts. Wenn du mich so fragst. Finde ich das nicht toll. Äh. Ich hab' aber auch wirklich alles schon angeklickt. Hier ist einfach gar nichts mehr. Hier ist auch nichts. Hier ist keine Iron Gate. Das, ja, ist auch unlogisch, warum wir das jetzt wieder ausmachen sollten. Mhm, 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 mhm. Ja, 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 ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir nochmal ganz zurück müssen mit dieser Disc. Ich glaube, alles, was wir brauchen, ist hier. Vielleicht müssen wir auch, äh, das aufmachen mit dem Screwdriver. Nee. Und wenn wir doch zum Flathead wechseln? Okay. Sonst hätte ich gedacht, könnte man die Disc vielleicht hier reinlegen. Aber nö. Wieso? Ja, dann nö, bis gleich. Du meine Güte. Das ist der Wahnsinn einfach. Ich hab' jetzt nachgeguckt again. Das hätte ich, äh, glaub' ich, niemals in meinem Leben gefunden. Ähm. Man kann sich drum streiten, ob es offensichtlich ist, weil das das einzige Farbige ist. Aber hier ist einfach ein fucking Weg. Woher sollte ich das wissen? Ja, jetzt komm' hier rein. Äh. Lieber zumachen, man weiß ja nie. Und dann kommt jetzt ein Farbenrätsel. Da ist ein Knopf unter dem, äh, Bild. Nein. Ist es vielleicht diesmal ein bisschen leichter, dass man wirklich blau, gelb und dann rot drücken muss oder so? Junge, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Hier ist ein Stuhl. Also ein Sessel. Weil in der Mitte ist ja so eine, so eine Drehung. Also würde ich sagen, blau, rot, gelb oder so? Oder blau, gelb, rot? Blau, gelb, rot? Okay, nein. Blau, rot, gelb? Obwohl, es sind ja zwei. Äh, wartet, wartet, wartet. Praktisch blau, gelb, rot, gelb. Blau, gelb, rot, rot, gelb. Blau. Gelb. Rot. Rot. Gelb. Nichts? Oder hab ich was übersehen? Ah, blau, gelb, rot, rot, gelb, gelb. Also nochmal das. Aber das hätte doch jetzt passen müssen. Wieso? Wieso? Die Frage ist, wo ist der Startpunkt? Vielleicht ist es auch rot, gelb, gelb, blau, gelb, rot. Rot, gelb, gelb, blau, gelb, rot. Rot. Gelb. Gelb. Blau. Gelb. Rot. Ja! Puh! Okay. Ich hab das alte Metallstock gekriegt. Wieso? Was soll ich damit? Oh, das sieht aus wie ein Schlüssel. Mit der Disk zusammen machen. Klar. War auch das erste, was ich erwartet habe. Ah! Schlüssel für die versteckte Tür erhalten. Ich, ähm, ja, ja. Bin Paranoia. Paranoia hits me. Ich bin paranoid. So, da haben wir die versteckte Tür. Gibt es denn, äh, Takeru, hieß der so? Noch gut? Ich habe immer Angst, dass der Oni kommt. Ist er noch da? Er ist noch da. Tatsächlich. Ich warte hier. Ja, okay. Er ist eine Pussy. Nein, Spaß. Er hat sich den Knöchel verstaucht. Da bin ich natürlich voll dabei, dass er sich hier ausholen, äh, ausholen, ausruhen muss. Kommt jetzt hier trotzdem ein Oni? Ist die Frage. Dumdidum. Okay. Also hier scheint es hoch zu gehen. Da ist der Ausgang. Oh, es sieht aus, als könnten wir hier rauskommen. Ich sollte Takeru, Takuro hier hinbringen. Also ich muss ja sagen, Takuro und Fucker69 schippe ich ja unglaublich. Aber ich fürchte, dass er nicht mehr da sein wird, wenn ihr versteht. Gucken wir mal. Er ist wirklich noch da. Ich bin überrascht. Ist das dein Ernst? Fucker69? Takuro ist dabei. Oh nein. Äh, ja, okay. Dann, äh. Dann, äh, ja. Gehen wir mal da runter. Und es wird bestimmt gar nichts passieren. Wir gehen durch den Gruselgang. Und dann ist der eine... Ja, das ist natürlich blöd. Tschüss. Nein. Ah. Ich muss einfach... Ich mach gar nichts. So ein Hurensohn. Ach du Scheiße. Der ist ja komplett scheiße. Asozialer Bastard. Rein da. Also er dürfte mich nicht gefunden haben. Aber man weiß ja nie. Du Schwanz. Das hätte nicht passieren dürfen. Na gut, dann laufe ich halt anders. Dann laufe ich halt anders. Ist schon in Ordnung. Dip, 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 dip. Dann gehe ich wohl ins andere Gebäude. Einfach rüber. Tja, Takuro, bist du bereit für den Untergang? Ich speichere gleich mal hier. Ja. Endgame. Avengers Endgame. Ja, so. Ja, er ist halt jetzt ein Arschloch und lässt ihn einfach liegen. Weil Hurensohn. Oh, warum bleibst du einfach stehen, du kleiner Schwanz? Du kleiner Schwanz, ja. Kleiner Schwanz. Hier, Roshi, hat einen kleinen Schwanz, ja. Wie lang denn noch? Ich wollte sagen. Ich wollte schon sagen. Ja, und jetzt? Ach, er ist noch da. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Soll ich jetzt zurückgehen und gucken, wo er ist? Er ist halt nicht da. Ah, aber da liegt was. Was ist das? Was? Schlüssel zur Hintertür? Oder Backdoor ist ja der, die... Wo soll denn das sein? Wo soll das sein? Jetzt mal ohne Witz. Ist der... War doch irgendwo eine verschlossene Tür? Backdoor Key. Backdoor. Aber hier unten war keine, oder? Nee. Nein. 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 Okay. Backdoor Key. Oder ist das die Haustür? Ist das die Haustür? Nee, dann würde ja Frontdoor Key dastehen und nicht Backdoor Key. Wo soll denn die Backdoor sein? Das ergibt ja gar keinen Sinn für mich. Gibt es hier irgendwo eine Hintertür? Nein. Hm. Doof. Oder hat sich jetzt hier irgendwas versteckt? Dass wir jetzt doch irgendwas andrücken müssen? Dass sich was verschiebt? Nee. Dann muss es doch im Hauptgebäude sein, oder? Ich glaube, wir sind hier fertig. Oder ist hier noch eine Backdoor irgendwo? Nee. Mhm. Okay. Ja. Cool. Cool. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde aber auch, dass die Rätsel in diesem Game wirklich schwierig sind teilweise. Also. Klar kann man einfach stumpf rumprobieren. Das kann man selbstverständlich tun. Okay. Okay.